Ich hatte Krämpfe, ich hatte Sogbrennen, ich habe Schlafmangel gehabt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Martin Zimmermann. Ich bin Business Life Coach und Mutmacher Mentor. Und in diesem Video sprechen wir über das Thema Zucker. Jeder weiß, dass Zucker ungesund ist und trotzdem konsumieren wir es. Darüber will ich aber nicht im Detail eingehen. Da gibt es etliche Links, ein paar habe ich in die Beschreibung gestellt. Also schau sie dir gerne an. Ich würde gerne eher darüber sprechen, warum wir Zucker konsumieren und wie wir da wieder wegkommen. Zum einen hat Zucker ja ein enormes Suchtpotenzial aufgrund seiner chemischen Beschaffungen, seiner chemischen Beschaffenheit. Und wenn wir uns mal genau anschauen, woher wir eigentlich diese Angewohnheit, diese Sucht angewohnt haben, dann dürfen wir damit anfangen in unserer Jugend, in unserem Kindesalter. Weil wir Zucker als Belohnungsmittel kennengelernt haben, von unseren Eltern, von der Schule, sogar von Ärzten oder Zahnärzten, die uns, wenn wir bestimmte Aufgaben erledigt haben, wenn wir gefolgt haben, wenn wir brav waren, dann haben wir als Belohnung ein Zucker bekommen. Ein Bonbon, eine Schokolade. Wenn ich zum Beispiel mal mit meiner Großmutter beim Einkaufen war, dann habe ich immer ein Überraschungsei bekommen. Oder ich habe in der Schule einen Traubenzucker bekommen, wenn ich eine gute Note hatte von der Lehrerin. Und so weiter und so fort. Du kannst dir selber vorstellen, was so in deinem Kindesalter so alles vorgefallen ist, wann du mit Zucker in Verbindung gekommen bist. Und das mehrt sich dann natürlich. Unser Körper gewöhnt sich an diesen Zuckerflash, an dieses Glücksgefühl, das Zucker auch hervorruft. Und er will nicht nur immer wieder die gleiche Menge an Zucker haben, sondern immer mehr. Und was passiert dann? Es passiert, dass wir abhängig werden. Und andererseits spielt auch die Lebensmittelindustrie, ich gehe mal davon aus, dass deine Eltern vielleicht mehr oder weniger bewusst dir was zu essen gegeben haben, mit wenig industriellem Zucker. Aber je mehr wir, je größer wir werden und je mehr wir uns dem industriellen Essen annähern, sprich zum Beispiel Fast Food, ich denke da an McDonalds, an Ketchup, an Döner, wo verschiedene Soßen drin sind. Und in diesen Soßen, auch wenn es mehrrettig ist, und es hat mich total scharkiert, dass in mehrrettig auch Zucker drin ist, werden wir zuckerabhängig. So, was können wir dagegen machen? Zuallererst sollten wir jetzt akzeptieren, dass wir zuckersüchtig sind. Wir, die meisten von uns, die herkömmliche Lebensmittel einkaufen, sind zuckerabhängig. Zucker hat natürlich die Folgen, dass wir am Herzerkrankten, dass wir Diabetes entwickeln, falls alles, wenn alles schief läuft. Jedenfalls übersäuert unser Körper durch den Zucker. Die genauen chemischen Prozesse, auf die wir jetzt nicht eingehen, sonst spreche ich wieder den Namen, so wie beim Web in den letzten Videos. Schau dir gerne mehr dazu im Internet an, da gibt es wirklich enorm viele Quellen und Literatur dazu. Also, wenn wir übersäuern, dann wird unser Körper krank, dann werden wir schwächer. So habe ich es auch erfahren. Ich lag eines Tages nur noch im Bett und habe fast geflennt, weil ich keine Kraft mehr hatte, aufzustehen. Ich hatte morgens, aufgrund dieser Übersäuerung, die unter anderem durch Zucker kam, durch Alkohol, der ja auch damit verantwortlich ist, dass das Zucker nicht mehr ordentlich abgebaut wird und verwertet wird. Ich hatte Krämpfe, ich hatte Sogbrennen, ich hatte Schlafmangel gehabt. Und da habe ich mich entschieden, okay, ich muss irgendwas an meiner Ernährung ändern. An der Ernährung alleine wird es nicht reichen. Dazu komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, also bleib bitte dran. Also, was kannst du tun? Wie schon gesagt, du musst akzeptieren, dass du süchtig bist. Du würdest gerne aufhören, vielleicht mehr zu essen, diesen Zuckerflash zu haben, Süßigkeiten zu kaufen, was auch an deinen Geldbeutel geht und dich gesünder ernähren. Dann darfst du erstmal damit anfangen, den Stress zu eliminieren, der wahrscheinlich den Zucker herstellt. Wie schon gesagt, das hat mit einer Belohnung zu tun. Also, diese Belohnung ist auch ein gewisser Stressfaktor damit verbunden. Wenn wir gestresst sind, dann wollen wir wieder ein Glücksgefühl verspüren und dafür belohnen wir uns mit Zucker. Also darfst du vorausfinden, was ist denn diese Ursache von diesem Stress. Auf meiner Seite war es ganz eindeutig meine Ehe. Meine Ehefrau hat mich gestresst. Es hat mich meine Arbeit gestresst. Ich habe eine Arbeit verrichtet, auf die ich gar keine Lust hatte. Und gleichzeitig, um mich besser zu fühlen, gab es auch noch, lustigerweise, in der Arbeit en masse Haribo. Es gab Kaffee umsonst mit Zucker, mit dem ich den meisten bedient habe. Karamell-Kaffee war mein Liebling. Und das hat alles dazu beigetragen, dass ich immer weniger, dass meine Schlafqualität immer schlechter geworden ist. Ich habe mich immer müder gefühlt. Ich habe immer mehr gegessen, weil ich dachte, ich kann durch das Essen, durch mehr Energie, diese fehlende Motivation kompensieren, die mir dieser Stress zugefügt hat. Und daher habe ich auch angesetzt, mich erst einmal mit meinem Essen zu beschäftigen. Ich habe versucht, den Zucker durch guten Zucker, den industriellen Zucker, durch natürlichen Zucker zu ersetzen, sprich durch Gemüse und durch Obst. Dabei ist es nicht nur geblieben, sondern ich habe auch noch eine Basenfastenkur gemacht für einen Monat. Die hat mir sehr geholfen, dass ich wieder zu Kräften komme, dass ich wieder bewusster esse, dass ich wieder Spaß auch am Kochen finde und mir die Gerichte selber zubereite und dadurch auch meine Kreativität ausdrücke, was auch meinen Stress reduziert hat. Dann habe ich mehr Wasser getrunken, bin weggekommen von gesüßten, wie schon gesagt, Kaffee, Tees. Das alles habe ich reduziert. Mehr Wasser getrunken. Gesundes Wasser, lebendiges Wasser, angereichertes Wasser mit Wasserstoff, aber auch lebendiges Wasser und das alles hat mir dazu beigetragen, mich abzugewöhnen, Zucker zu konsumieren. Ich habe natürlich auch sämtliche Vorräte an Süßigkeiten und alles, was zuckerhaltig ist eliminiert, weggegeben, weggeschmissen. Weggeschmissen eher, weil ich ja nicht will, dass andere Menschen auch von diesem Gift essen. Und ja, was ich dann zusätzlich noch getan habe, war eine Entgiftungskur. Die hat mir wahnsinnig geholfen, meinen Darm wieder gereinigt, kann ich auch nur jedem wärmstens empfehlen. Dann war der Darm wieder sauber, da ist ja unser Immunsystem, also Zucker schwächt auch enorm unser Immunsystem, da kurz zu beigetragen, beigefügt. Und aufbauend auf dieser Basis, auf dieser Entgiftungskur habe ich dann Nahrungsergänzungsmittel genommen, die mir auch ermöglicht haben, meinen Körper, meine Fitness, mein Immunsystem aufrechtzuerhalten und zu verbessern durch diese jahrzehntelange Schädigung des Zuckerkonsums. Dann ist es auch ganz wichtig, dass du anfängst, wegzukommen von dem Stress, hinzukommen zum Glück. Was soll das bedeuten, dass du dir anschaust, in welchen Lebensbereichen hast du Stress, was hat dich dazu veranlasst, Zucker zu essen, Glück im Äußeren zu suchen und nicht im Inneren. Ich habe vorigen Beispiele der Zuckerbekämpfung, die betreffen eher das Äußere, aber was ist wirklich dein Inneres, was tut deiner Seele gut, was bringt dir mehr Glück in mein Leben, darauf darfst du dich konzentrieren. Und dann sind wir auch beim letzten und beim wichtigsten Punkt, aber bevor ich darauf zukomme, würde ich dir noch ganz empfehlen, dass du dieses Glückshormon auch dadurch ersetzt, was du durch dieses Glücksgefühl, was du durch den Zucker erfahren hast, mit einer Selbstbelohnung, sprich High Five, du schlägst dir selber ein, denn wenn du dich dadurch belohnst, durch kleine Erfolge, die du machst, sei es jetzt beim Essen, bei der Ernährung, bei irgendeiner gewissen Umstellung, ist es wichtig, immer schrittweise vorzugehen und jeden kleinsten Schritt, auch wenn es nur ein minimaler ist, dich dadurch belohnen, das steigert dein Selbstbewusstsein und deine Motivation weiterzumachen. Was mir letztlich am besten geholfen hat und was mich zurückgebracht hat, wieder zu mir selbst, in mich selbst, ist die Beschäftigung mit etwas, was meiner Seele, meinem Geist und meinem Körper gut tut. Das heißt, ich hatte schon lange diese Eingebung, diese innere Stimme, die zu mir gesprochen hat, Martin, du musst was auf deine Beine stellen, du musst was selber machen, wieder kreativ werden, dir geht diese Kreativität in deinem Job ab, dir fehlt die Wertschätzung in deiner Ehe, denn wir wollen immer wertgeschätzt werden und wenn wir diese Wertschätzung nicht von außen bekommen, dann müssen wir sie von innen erfahren, also sprich, ich muss mich wieder mit mir selbst beschäftigen und wirklich innerlich verstehen, was will ich machen, was kann ich für eine Tätigkeit machen, die mich inspiriert, die mich nach vorne bringt, die mir auch ein Selbstbewusstsein schafft, wer ich eigentlich bin und wenn ich weiß, wer ich bin und wenn es mich erfüllt, was ich dann darauf aufbaue und damit tun kann, mit allem, was ich schon erlebt habe, ich bin knapp dem Selbstmord entgangen, ich habe es geschafft, den Mut zusammenzufassen, meine ganze Kraft, obwohl ich körperlich eigentlich ziemlich erledigt war und auch nicht immer emotionell, dass ich mich von meiner toxischen Beziehung trennen konnte, dass ich mich von einer Stadt distanzieren konnte, wo meine Tochter wohnt, weil ich wusste, dass diese Stadt, diese Umgebung mir nicht nützlich war und mir nicht weiterhilft. Also all dies kann nur passieren, wenn du wieder zu dir zurückfindest und dich mit dich beschäftigst, maximal, denn wenn du zu dir findest und diese Lebensfreude wieder ausstrahlst dann und auch innerlich ausstrahlst und spürst, dann brauchst du keine zusätzlichen Glückshormone, Gefühle, die durch die Nahrung kommen. Dann bist du selber deine eigene Inspiration und kreierst das Glück aus dir heraus und brauchst es nicht von außen aufnehmen. Das möchte ich dir damit zu Herzen legen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann setzt gerne ein Like drunter, abonniere auch gerne meinen Kanal für weitere Infos zum Thema Persönlichkeits- und Geschäftsentwicklung. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute und lasst den Zucker außen vor. Bis dann, ciao.